I am the Jochenland, das ist der Frühsport für Dienstag, den 17. Mai 2022. Schönen guten Morgen. Liebe Gemeinde, wir haben heute den Blick auf die europäischen Fußball-Ligen eine Woche vor Saisonschluss. Die Deutschen sind durch bis auf Relegation und im Ausland wird noch ein bisschen gespielt. Ich sage euch gleich, wer und wie und warum. Außerdem schauen wir auf die US-amerikanischen Ligen, NHL, NBA. Da hat sich jetzt die komplette Runde entschieden, die ja gerade am Wochenende noch oft in die Spiele 7 ging. Wir schauen auf den Giro d'Italia, der diese Woche jetzt weitergeht und wir gucken auf die Qualifikation zu den French Open. Das sind so die Highlights des Tages und wir starten aber mit Fußball und wir starten in der Premier League. Jetzt ist es so. Stell dir vor, dein Verein verliert die ersten Pflichtspiele der Saison. Wird schon abgeschrieben von vielen und dann kämpfen sie sich zurück, spielen eine überragende Saison mit einer neu zusammengestellten Mannschaft und liegen kurz vor Ende der Saison auf dem ersehnten Platz, der ihn zum Ziel führt, verlieren dann am vorletzten Spieltag und haben am letzten Spieltag zwar die Chance noch einmal zu gewinnen, aber bräuchten Schützenhilfe, die dann vermutlich nicht kommt. Das klingt so ein bisschen wie die Geschichte des SV Darmstadt 98, hatte ich ja gestern schon berichtet und in den FC Arsenal scheint es jetzt genauso zu treffen. Ist ja auch einer meiner drei Lieblingsvereine. Wie ihr vermutlich wisst, da sieht es genauso aus. Also die Saison fing echt schlecht an, dann haben die sich richtig gefangen, haben gegen die Großen richtig gut mithalten können und dann Niederlagen, die man nicht eingeplant hat, Siege, die man nicht erhofft hatte und jetzt letzte Woche in Tottenham die Niederlage im North London Derby und gestern Abend ein 0 zu 2 in Newcastle, was nicht geplant war und das führt dazu, dass der vierte Platz, der lang ersehnte Champions League Platz, verloren ging an die Tottenham Hotspur. Wir schauen mal drauf auf die Tabelle der Premier League. Und da schauen wir zunächst mal ganz nach oben, denn da geht es ja noch um die Meisterschaft. Das ist ein Titel, der noch nicht entschieden ist und das ist ganz gut. Der Deutsche ist natürlich schon vor ein paar Wochen durch gewesen und auch sowas wie Spanien und Frankreich ist schon lange klar, aber hier ist es immer noch nicht sicher. Manchester City hat am Wochenende in West Ham 2 zu 2 gespielt. Einen 0 zu 2 Rückstand zwar aufgeholt, aber dann kurz vor Schluss noch einen Elfmeter vergeben, sodass es also nur einen Punkt gab für City und damit haben sie jetzt im Augenblick vier Punkte Vorsprung vor Liverpool. Ihr seht aber hier neben an den kleinen Sternchen, dass Liverpool noch zwei Nachholspiele austrägt. Eins davon gibt es heute Abend 2045 in Southampton. Wenn Liverpool das gewinnt, ist es noch ein Punkt Rückstand und dann wird das Ganze noch richtig dramatisch am letzten Spieltag. Unter Umständen, wenn Liverpool verliert in Southampton, heute Abend ist schon alles aus und Manchester City kann feiern. Immerhin Liverpool ist Liga-Cup-Sieger, ist Pokalsieger, also FA-Cup-Sieger und steht im Champions-League-Finale. Das heißt, sie könnten auch ohne die Meisterschaft noch ein Trippel schaffen in dieser Saison, aber sie wollen natürlich auch versuchen, noch City ein bisschen zu ärgern. Also er hat am Bockert Sky Sport, zeigt das Ganze live ab 2045, ob Jürgen Klopp und seine Jungs da nochmal ran können und die Chance nutzen, nochmal sich ein, ja, zumindest eine theoretische Chance zu erhalten. Im letzten Spieltag würde Liverpool dann zu Hause spielen gegen Wolverhampton, aber Manchester City zu Hause gegen Ersten Villa. Die sind im Moment, was sind die 13. Ja, das scheint machbar für City. Aber wir wollen sie ja nicht aufgeben. Es gab schon die verrücktesten Sachen, wie wir alle wissen. Aber Champions League sowieso klar für die beiden, wie jetzt auch für Chelsea. Das steht fest, die spielen auch noch ein Nachholspiel am Donnerstag und werden aber definitiv Champions League spielen, weil Arsenal nach dieser Niederlage, die ich gerade eben diskutiert habe, nicht mehr rankommen kann. Nur noch ein Spiel für die Gunners und damit ist Chelsea nicht mehr einzuholen. Diese drei Teams liegen auf den Plätzen 3-4-5. Das sind drei Londoner Teams. Das ist, ja, Zufall wahrscheinlich. Und Tottenham definitiv jetzt mit den perfekten Karten gegenüber Arsenal. Tordifferenz um Längen besser. Tottenham hat eine Tordifferenz von plus 24. Arsenal hat plus 9. Das holen die nicht mehr auf in einem Spiel. Das heißt, einzige Chance für Arsenal ist, das letzte Spiel zu gewinnen. Das findet statt zu Hause gegen Everton. Und gleichzeitig muss man hoffen, dass Tottenham sein letztes Spiel verliert. Die spielen in Norwich beim Tabellenletzten und beim feststehenden Absteiger. Ich würde mal sagen, es sieht nicht gut aus für die Gunners. Aber Europa League muss man positiv sehen. Das ist die neue Herausforderung in der kommenden Saison. Besser als gar nicht international. Vielleicht kleine Schritte und dann nächstes Jahr Champions League. Ich weiß, man redet sich dann viel schöner. Haben wir bei den Lielen ja auch schon. Gucken wir mal nach weiter unten. Denn da sind zwei Teams, die auch international spielen. Wolverhampton ist nicht mehr dabei. Die haben 1-1 gespielt gegen Norwich und sind damit raus aus dem Rennen um die internationalen Plätze. Aber die beiden sind auf jeden Fall dabei. Es ist nur die Frage, wer spielt wo? Manchester United und West Ham United. Das wird sich am letzten Spieltag entscheiden. West Ham spielt in Brighton und Manchester United spielt bei Crystal Palace. Vom Papier her beides machbar. Tordifferenz allerdings bei West Ham deutlich besser. Hier haben wir plus 11. Manchester United hat plus 1. Das heißt, ein Sieg für West Ham und Manchester United spielt nur unentschieden. Dann geht West Ham in die Europa League und United geht in die Conference League Qualifikation. Absteigen aus der Premier League müssen Watford und Norwich City. Das ist Shit. Norwich City. Habe ich Shitty gesagt? Norwich City. Verzeihung. Und der dritte Absteiger ist noch nicht fix. Da ist noch ein Dreikampf am Laufen zwischen Burnley, Leeds und Everton. Da werden auch die Nachholspieler am Donnerstag noch eine Rolle spielen. Und dann eben der letzte Spieltag. Aber einer von den dreien wird es noch sein. Hoch kommen statt dessen Fulham und Bournemouth. Das steht bereits fest. Und dazu läuft noch, ich könnte eigentlich wieder umblättern. Also hoch kommen Fulham und Bournemouth. Und dann gibt es noch einen dritten Aufsteiger. Der wird ermittelt in den Aufstiegs-Playoffs. Und die spielen ja keine Relegation in England, Erste gegen Zweitliga, sondern die spielen ja eine Aufstiegsrunde von Zweitligisten auf den Plätzen 3, 4, 5, 6. Und da gibt es jetzt das erste Halbfinale, was entschieden wurde gestern. Huddersfield hat sich durchgesetzt gegen Luton Town. Damit Luton Town raus und bleibt weiterhin zweitklassig. Und Huddersfield steht im Endspiel um den Aufstieg in die Premier League. Der Gegner wird heute Abend ermittelt im Rückspiel zwischen Nottingham Forest und Sheffield United. Nottingham führt mit 2 zu 1. Das sind die, wenn ihr euch daran erinnert, die im Pokal unter anderem Arsenal ausgeworfen haben und so für Furore gesorgt haben. Und jetzt müssen sie dieses Spiel jetzt gegen Sheffield zu Hause verteidigen, dieses 2 zu 1. Und dann ziehen sie ins große Wembley-Aufstiegsfinale ein gegen Huddersfield. Mal gucken, wer dann als Dritter hochkommt. Und der Zone ist live dabei. 2045, wer Bock hat heute. Also entweder Premier League, Southampton, Liverpool oder auch gleichzeitig oder parallel dazu auf der Zone, dann eben Nottingham gegen Sheffield United. Gut, sind wir fertig mit England und machen wir direkt weiter mit Spanien. Und mit La Liga, da schauen wir gleich mal oben rein und stellen fest, das ist ja jetzt recht bekannt, Real Madrid ist Meister, liegt vorne und steht auch im Champions-League-Finale noch. Alles gut, Barcelona jetzt Zweiter, das steht auch fest seit dem Wochenende, die sie nicht mehr einzuholen werden, also als Vizemeister in die Champions League einziehen. Und was ebenfalls feststeht, dass Atletico Madrid und der FC Sevilla ebenfalls Champions League spielen. Hintergrund, man sieht hier drei Punkte zwischen Sevilla und dem Lokalrivalen Betis, aber in Spanien zählt der direkte Vergleich bei Punktgleichheit am Saisonende und den hat der FC Sevilla für sich entschieden in dieser Saison und damit also diese beiden Teams sicher in der Champions-League-Atletico und der FC Sevilla. Und Betis wird dafür sicher Europa League spielen, genauso wie Real Sociedad. Und das Einzige, was hier noch spannend ist, ist der Zweikampf um die Conference League. Villarreal gegen Bilbao. Villarreal, wir erinnern uns, gerade Champions League für Furore gesagt, die Bayern rausgeworfen und bis ins Halbfinale vorgestoßen. Und jetzt haben sie gegen San Sebastian gegen Real Sociedad 1 zu 2 verloren am Wochenende. Bilbao hat seinerseits gewonnen gegen Osasuna und plötzlich sind die nämlich wieder dran. So, am letzten Spieltag wird sich das entscheiden. Der Spielplan ist so schön gestrickt in Spanien. Die ersten acht Treffen an diesem letzten Spieltag in direkten Duellen aufeinander, aber für sechs von denen ist es dann eigentlich auch Wurst, weil da geht es jetzt wirklich kaum mehr um was. Schauen wir mal, was die beiden machen. Villarreal muss auswärts ran beim FC Barcelona. Das ist natürlich ein Brocken, ne? Und Atletico Bilbao seinerseits spielt es beim FC Sevilla. Das macht es nicht besser. Also ich sehe die auch durchaus beide verlieren. Dann wäre Villarreal aber auf jeden Fall international nochmal dabei. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Dieses kleine Fernduell ist das, was die spanische Liga also noch interessant hält. Und natürlich der Abstiegskampf. Denn in den sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Teams verwickelt. Sichere Absteiger sind bis jetzt Ude Levante und Deportivo Alaves. Die werden runtergehen. Und der dritte Abstiegsplatz, da gibt es wie gesagt einen Fünfkampf, denn Mallorca hat sich damit nicht abgefunden am Wochenende da unten drin zu stehen. Die haben ihr Spiel gewonnen, 2-1 gegen Rayo. Und damit sich vorerst zumindest weggeschoben vom Abstiegsplatz. Wobei Cadiz mit dem 1-1 gegen Real Madrid auch einen wichtigen Punkt geholt hat. Die haben jetzt beide 36 Punkte. Dann haben wir Granada mit 37 Punkten. Dann haben wir Retaffe mit 39 Punkten. Und dann haben wir Elche mit ebenfalls 39 Punkten. Also das ist alles noch ganz eng beisammen und in Reichweite. Und am Wochenende, ich lese jetzt nicht alle Paarungen vor, aber Elche gegen Retaffe gibt es zum Beispiel direkt das Duell. Da ist noch alles drin. Da unten. Bleibt spannend. Hochkommen werden auf jeden Fall Almaria und Eibar. Das steht schon fest. Der dritte Aufsteiger auch hier wird in einer Playoff-Runde ermittelt aus Zweitligisten, die aber noch nicht begonnen hat, weil die Zweitliga noch gar nicht fertig ist. Die haben noch zwei Spieltage und dann folgen die Aufstiegs-Playoffs. Ich sage dann Bescheid, wenn wir es wissen. Gut. Pokalsieger ist übrigens Betis Sevilla. Das wussten wir schon. Habe ich in England gar nicht? Doch, habe ich gesagt. Und Betis hätte ich mal darauf hinweisen können, auf das P. Daneben stand es eben noch. Macht aber nichts. Wisst ihr Bescheid? Und wir gucken nach Italien. Wo die Meisterschaft auch noch nicht entschieden ist. Hier ist es auch noch eng. Zwischen Milan und Inter an der Tabellenspitze. Es wird in Mailand gefeiert. Die Frage ist nur wo. Bisschen schäppt die Kamera gerade. Macht aber nichts. Letzter Spieltag steht also an. Jetzt im Wochenende haben sie wieder beide gewonnen. Milan schlägt Atalanta und Inter gewinnt bei Cagliari. Und damit hat Milan jetzt natürlich die Premium-Chance, das Ding da vorne einzutüten. Sie spielen bei Sassuolo, Calcio und ganz ehrlich, das sehe ich nicht, wie sie das nicht gewinnen sollten. Inter hat noch eine kleine Chance, spielt gegen Sampdoria Genoa zu Hause. Aber ich glaube, Milan wird das gewinnen und dann ist das Ding gegessen. Dritter Platz Napoli steht inzwischen fest. Vierter Platz Juventus. Damit die beiden auf jeden Fall mit in der Champions League dabei. So, und dann ist Lazio. Die haben gestern übrigens 2 zu 2 gespielt bei Juventus. Noch in der Nachspielzeit den entscheidenden Punkt geholt zum 2 zu 2. Das reicht ihnen jetzt, weil 3 Punkte Vorsprung auf die Roma. Die könnten sie zwar noch einholen, aber wir sehen 4 Punkte auf die beiden hier unten. Und da geht ja nichts mehr. Das heißt, Lazio wird in der Europa League spielen. Ob jetzt als 5. oder 6. wird denen wurscht sein. Roma noch im Finale der Conference League. Wenn sie das gewinnen, qualifizieren sie sich ja automatisch für die Europa League. Das bedeutet jetzt natürlich für die Liga, wenn es am letzten Spieltag passiert, dass AS Roma noch zurückrutscht hinter Florenz und Atalanta. Und dann gewinnen sie, dann würden sie als 8. italienisches Team noch international mit dabei sein. So wie Frankfurt bei uns, wenn sie die Europa League gewinnen, haben wir auch einen noch mehr dabei als Titelverteidiger. Bleibt AS Roma hier, rutscht niemand nach. Also wenn sie hier die Conference League gewinnen als 6. meinetwegen, bleibt es dabei, dass einer von den beiden noch in die Conference League darf und der andere nicht. Das ist die Regel. So, ja, und das ist auf jeden Fall noch eine enge Nummer, würde ich sagen. Lazio ist also durch und da unten die 3, da steckt noch neben dem Meisterkampf die Restspannung drin am letzten Spiel. Florenz hat jetzt gerade verloren bei Sampdoria gestern Abend. Das tut sehr weh, wenn sie es gewonnen hätten, wären sie aber sowas von dabei gewesen. Sampdoria übrigens hat sich damit allerdings den Klassenerhalt gesichert. Oder war der schon klar vorher? Lass mal gucken. Ne, der stand schon fest. Okay, hätte sie gar nicht gewinnen müssen. Aber trotzdem, macht nichts, haben sie gewonnen. Blöd für Florenz. Die spielen am letzten Spieler gegen Juventus Turin. Ja, gut, musst du halt dann gewinnen im Zweifelsfall. Atalanta Bergamo gegen FC Empoli, da sehe ich weniger Schwierigkeiten. Und die Roma spielt beim FC Turin. Das ist aber, ja, die sind jetzt, was sind die Zehnter? Ja, gut, gibt schwierigere Aufgaben. Aber mal schauen, weiß nicht genau zwischen den beiden 3, wie es ausgehen wird. Mal gucken. Und apropos mal gucken. Auch hier schauen wir mal auf die Abstiegsfrage. Der FC Venedig ist abgestiegen. Das steht fest aus der Serie A. Drei Teams rangeln noch um den zweiten Abstiegsplatz. Das sind Salernitana, Cagliari und der FC Genoa. Nein, zwei werden noch absteigen von denen. Also einer kann sich nur noch retten. Die drei stehen noch zur Verlosung. Am letzten Spieltag müssen sie dann ran. Und mal gucken, wer von den dreien übrig bleibt. Hochkommen werden Lecce und Cremonese. Das steht schon fest. Und auch hier wird der dritte Aufsteiger in einer Playoff-Runde ausgespielt, die aber noch nicht gestartet ist. Auch da sage ich Bescheid, wenn es soweit ist. Bleibt der Blick nach Frankreich. Vorne? Joa, PSG. Schon lange. Klar. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber dahinter. Mann, 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 Mann. Guckt euch das hier an. Diese sechs Teams streiten um die vier europäischen Plätze. Und zwar wird einer von denen Champions League spielen. Direkt. Das sieht momentan nach Monaco und Marseille aus, muss man fairerweise sagen. Auch wenn Marseille am Wochenende in Rennes verloren hat. Das war die Chance für Marseille, alles einzutüten da oben. Jetzt ist Start Rennes natürlich nochmal auf der Bildfläche erschienen und hat noch zumindest eine theoretische Chance, am letzten Spieltag da jetzt vorzukommen. Man muss hier Besonderes beachten noch. Und zwar da wird nur einer von den beiden, nämlich der, der am Schluss dann Zweiter ist, sich direkt qualifizieren für die Champions League. Und der dritte, der muss in die Champions League Qualifikation. Das ist nicht wie in den anderen vier großen Ligen, die wir schon hatten. Rennen in die Europa League. Straßburg momentan in der Conference League. Die haben am Wochenende wieder gewonnen gegen Clement. Und Nizza hat am vergangenen Wochenende sein Spiel verloren gegen Lille. Das hat sie zurückgeworfen. Lens ist aber auch noch nicht aus dem Rennen. Die haben gewonnen bei Troyes. Und wenn die gewinnen und die anderen beiden verlieren, könnten sie noch vorbeigehen. Das ist das Szenario für den letzten Spieltag. Es wird sich hier aber auch nichts mehr tun mit einem zweiten Europa League Platz. Denn da unten kommen sie. Nantes ist Pokalsieger geworden. Und die spielen nicht mit hier in der Runde da oben. Das heißt, die haben hier in Europa League Platz sicher als Pokalsieger. Coupe de France-Gewinner. Und dieses Konglomerat müssen wir irgendwie aufdröseln. Aber Rennen spielt ja auch hier noch vielleicht mit rein da oben. Also das bleibt noch eine ganz spannende Nummer da am letzten Spieltag. Da werden auch alle Spiele dann zeitgleich ausgetragen. Übrigens nicht wie in Italien oder Spanien. Sondern hier machen sie alle Spiele gleichzeitig. Genau wie in Deutschland und England. Das ist Samstagabend dann soweit. Und da sind noch viele Kombinationen denkbar. Permutationen wäre, glaube ich, sogar besser. Bin ja Mathematiker. Aufsteigen werden Toulouse und Ajaccio. Das steht auch schon fest. Und hier in Spanien, in Frankreich gibt es eine Aufstiegsrunde, die dann aber auch eine Art Relegation beinhaltet. Hier gibt es so eine Mischung aus beidem. Und zwar die ersten beiden aus der 2. Liga gehen hoch. Toulouse, Ajaccio, habe ich schon gesagt. Und der dritte, vierte, fünfte, das sind Auxerre, Paris, FC Paris und Sochaux. Die spielen gegeneinander zu dritt. Und zwar Vierter gegen Fünfter spielt ein Spiel. Das ist jetzt gerade heute Abend, 20.30 Uhr, FC Paris gegen FC Sochaux. Findet das statt. Das erste Relegationsduell wird, glaube ich, ich gucke nochmal nach, ich glaube, da ist nur ein Spiel angesetzt. Das ist nicht Hin- und Rückspiel, nee, ist nur eine Partie. Wer das gewinnt, trifft dann auf den dritten der 2. Liga, auf Auxerre. Und wer das gewinnt, der spielt gegen den drittletzten aus der Ligue 1. Das entscheidende Playoffspiel oder Relegationsspiel, ums Drinbleiben oder Aufsteigen. Dafür stehen noch in Frage drei Teams, die am Ende der Tabelle rumlungern. Diese drei werden die letzten drei bleiben. Von denen steigen zwei direkt ab. Und einer geht in diese Relegationsrunde. Und zwar Girondin-Bordeaux, Saint-Étienne und der FC Metz. Ich hatte es schon die Tage gesagt, da sind große Namen dabei. Ja, zwei wird es direkt erwischen. Einer darf in die Playoff-Runde. Und wir werden dann am Wochenende erfahren, wer es ist. Aber diese Vorrunde aus der 2. Liga, die läuft eben jetzt schon heute Abend 20.30. Paris gegen Sochon, wer Bock hat, auf The Zone auch live zu sehen. Und Italien startet inzwischen auch die Finalrunde, sehe ich gerade. Die ist schon gestartet, guck mal eine an. Da spielt heute Abend Pisa gegen Benevento. Ich halte euch auf dem Laufenden, wer da am Schluss aufsteigt. Ich glaube, ich werde ja nicht jedes Spiel jetzt hier hypen. Aber vielleicht doch doch mal gucken. Ist ja sonst nicht mehr so viel los. Und wenn mir das Material ausgeht, mache ich Aufstiegsrunden. Gut, also fassen wir nochmal zusammen. Sonst noch zu erwähnen, vielleicht FC Porto, portugiesischer Meister. Das wissen wir ja schon, glaube ich. Ja, und in Belgien der FC Brügge. Doch Meister geworden vor Sanji Loas. Dies aber in die Champions-League-Qualifikation schaffen. Ist auch eine schöne Sache. So, also Fußball heute Abend. Das ist schon gesagt, zweimal England, Spanien. Spanien nicht, Frankreich, Italien. Aufstiegsrunden. Ja, so doll ist gerade nicht. Gebe ich zu. Aber das kommt noch ab Mittwoch. Dann haben wir Europa League, dann haben wir Relegationen, dann haben wir DFB-Pokal noch. Und am Wochenende dann die Entscheidung in den anderen großen Ligen. Schauen wir mal kurz, was sonst noch so los ist und war. Damit wir hier dann auch den Laden irgendwann dicht machen können für heute. Wir schauen kurz auf die US-Playoffs. Da habe ich schon gesagt, da hat sich einiges Jahr jetzt noch entschieden. Die New York Rangers gewinnen 4 zu 3 gegen die Pittsburgh Penguins. in der Overtime. Und damit holen sie Spiel 7 und gehen in die zweite Runde. Treffen jetzt auf Carolina. Dann gab es noch Spiel 7 zwischen Calgary und Dallas mit dem Sieg für die Calgary Flames. Und die Edmonton Oilers gewinnen gegen die LA Kings. Und gehen auch eine Runde weiter. Und jetzt Calgary gegen Edmonton haben wir. Und St. Louis gegen Colorado im Westen. Und im Osten Carolina gegen die Rangers. Und Tampa Bay trifft auf Florida. Das sind die Partien in der Eastern Conference. Das beginnt jetzt auch schon sehr bald dann diese Woche. Ich sage Bescheid, wenn es soweit ist. Eishockey, bleiben wir kurz dabei. Bei der Weltmeisterschaft hat Deutschland das zweite Spiel gewonnen. Also das zweite von drei. Diesmal gab es gegen Frankreich ein 3 zu 2. War mühsamer als erhofft. Aber egal, gewonnen ist gewonnen. Die Punkte sind da. Heute spielt Deutschland nicht. Es gibt aber trotzdem Spiele zu sehen. Auf Sport 1 Italien, Dänemark um 15.20. Und am Abend dann Schweiz, Kasachstan um 19.20. Dazu gibt es auf Sport 1 Plus noch Tschechien, Österreich und Schweden gegen Großbritannien. Falls jemand Bock hat. So, NBA Playoffs. Da haben wir die Final Four. Dallas Mavericks gewinnen bei den Phoenix Suns Spiel 7. Das erste Spiel, was in dieser Serie eine Auswärtsmannschaft gewinnt. Und dann auch gleichzeitig noch zur rechten Zeit. Weil besser als in Spiel 7 das Ding dann auswärts zu gewinnen kannst du auch nicht. Damit die Dallas Mavericks zum ersten Mal seit 2011 wieder unter den letzten vier. Damals hatten sie mit Nowitzki am Schluss den Titel gewonnen. Wir erinnern uns dunkel. Jetzt geht es gegen die Golden State Warriors für die Mavericks. Das ist natürlich eine Herausforderung. Die sind wieder richtig in Form und das wird eine interessante Reihe. Aber mit Phoenix auch der Vorjahresfinalist draußen. Genauso wie der andere Vorjahresfinalist, die Milwaukee Bucks. Und damit auch der Champion. Denn die sind ausgeschieden gegen die Boston Celtics. Boston also dann gegen Miami Heat im Eastern Final. Diese Spiele beginnen am Mittwochnacht. Auf Donnerstag glaube ich. Auch da sage ich nochmal Bescheid. Das zum Basketball. Heute Abend gibt es noch ein Spiel in der BBL. Und zwar zweites Viertelfinale aus der Serie Ludwigsburg gegen Ulm. Da steht es 1-0 für Ludwigsburg. Und da könnten sie den zweiten Sieg dann folgen lassen. Wenn sie das denn möchten. Ich glaube sie möchten. Das denke ich mir so. Gut. Was gibt es noch? Tennis gibt es noch. French Open Qualifikation hatte ich versprochen. Da ist es für Mats Morain und für Janik Hanfmann schon zu Ende. Die haben beide ihre Spiele jeweils verloren in der Quali. Weiter hingegen bei den Damen Laura Siegemund und Jule Niemeyer. Die jeweils gewonnen haben in zwei Sätzen. Glückwunsch dazu. Heute spielen weitere Deutsche. Zum Beispiel Philipp Kohlschreiber. Sadiq Marcel Stäbe. Maxi Marterer spielt. Janine Masur ist dabei. Tamara Korpatsch wird spielen. Dann habe ich Nastasia Schunk auf dem Tableau stehen. Und Katharina Gerlach. Die ist auch dabei. Alle diese Spiele gibt es live zu sehen auf dem Eurosport. Alle glaube ich nicht. Aber es gibt davon Spiele live zu sehen auf dem Eurosport Player. Könnt ihr heute klappen ab 10 Uhr geht es los. Könnt ihr reinschauen, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, lasst das bleiben. Giro d'Italia. Da wird das Gesamtklassement sich meiner Meinung nach nicht unbedingt verändern bis zum Wochenende. Denn die nächsten Etappen, die anstehen, sind jetzt alle nicht so dramatisch spektakulär. Wir gucken mal kurz drauf. Das gibt es heute. So ein bisschen zweigeteilt. Also fängt wirklich an. Einfach nur flach. Flach, 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 flach. Und dann kommt so ein bisschen hinten raus. So ein bisschen gekräusel, gekrülltes Gehüppel. Bissens Ziel. Aber was ist das denn? Berge der vierten Kategorie? Sprintwertungen dazwischen? Das gibt so eine Massenankunft. Also da kommt doch keine Gruppe durch heute. Das kann ich mir nicht vorstellen. Morgen wird es nämlich komplett flach. Aber nur schon mal verraten. Also wer das heute gucken will, 13 Uhr. Euro Sport 1. Aber ich glaube, es ist keine Mastziehertappe. Lehnen mich jetzt mal aus dem Fenster. Da habe ich schon öfters mal falsch gelegen letztes Jahr. Gesamtklassement zur Erinnerung. Lopez vor Almeida, Bardet und Carapaz. Buchmann 9. Chemner 15. So. Ich glaube, ich habe dann alles gesagt, was zu sagen. Ah nein, ich habe noch was. Ich wollte noch sagen, wie die europäischen Fußballwettbewerbe jetzt aussehen, nachdem wir da soweit jetzt erstmal durch sind. Ich gucke nochmal ganz schnell drüber. Ich habe noch was vergessen. Alles, ob wir haben wir gehabt. Dennis habe ich gesagt. Basketball habe ich gesagt. Nö, ich glaube, das war es dann auch. Ach, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geht es weiter, sehe ich gerade jetzt, wenn ich es richtig sehe. Dann sollte ich es euch doch schon nochmal erwähnen. Für alle US-Sports-Freunde. Doch ja, wir sehen ja das Video für Dienstag. Also ihr seht es jetzt gerade. Deswegen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gibt es in der NBA Boston Celtics bei den Miami Heat. Spiel 1. 2.30 Uhr. Eastern Final. Live auf der Zone. Und in der NHL geht es auch los mit Tampa Bay bei den Florida Panthers und St. Louis bei Colorado. Avalanche. Auf Sky Sport. Ab 1 Uhr. Nur, dass er Pride ist. Das sind ja keine. Er sagt, ich hätte nichts gesagt. Jetzt wollte ich nochmal kurz blicken auf die europäischen Wettbewerbe. Denn wir haben ja jetzt doch einige Entscheidungen schon getroffen. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. In der Champions League Gruppenphase. Es kommt doch sonst nichts mehr. Wenn es interessiert, könnt ihr ausschalten. Ich sage es nochmal kurz, wer so wo drin steht. Champions League Gruppenphase für die kommende Saison. Haben wir bislang folgende Teams mit dabei. Sicher mit dabei. Manchester City, Liverpool und Chelsea aus England. Dann noch aus Spanien. Fix Real Madrid, Barcelona, Atletico und Sevilla. Aus Italien. Milan, Inter, Napoli und Juventus. Deutschland, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Dann haben wir Paris Saint-Germain aus Frankreich. Da ist ja noch offen, wer der zweite wird. Porto und Sporting-Lissabon kommen aus Portugal mit dazu. Dann haben wir noch Ajax, Brügge, die hier jetzt als Meister feststehen. Salzburg, Celtic, Glasgow, die schottischer Meister geworden sind. Und Shakhtar, Donetsk. Das sind die, die fix sind für die Gruppenphase. Dazu gibt es noch eine Riesenlatte an Teams, die die Playoffs und die Qualifikationsrunden spielen. Die möchte ich euch hier nicht jetzt alle gönnen. Vielleicht mache ich da mal ein Spezialvideo, wo ich dann alle diese schönen Teams da vorlese. Von Shakhtar, Saligorsk über die Shamrock Rovers bis zu Jeska, Nixic und wie sie alle heißen, Wikimur, Reykjavik. Wenn ihr Interesse daran habt, schreibt es mal in die Kommentare rein, ob ich da mal wirklich so ein absolutes, das ist ein absolutes Nerd-Spezial-Video, gebe ich zu. Aber ich habe ja auch sowas Bock. So, Europa League, schauen wir mal kurz in die Gruppenphase, wie es da aussieht. Da haben wir bereits folgende Teams drin. Union Berlin und der SC Freiburg, fix aus Deutschland natürlich. Dann haben wir Betis Sevilla. Wir haben Real Societad, die beiden Spanier, die schon sicher drin sind. Und der FC Nantes als Pokalsieger Frankreichs. Sonst ist hier noch, doch ja, hier, Dingens, Lazio, richtig, habe ich ja gerade schon gesagt. Die ist ja in Italiens geschafft dann heute. Die sind auf jeden Fall da schon drin. Ansonsten noch niemand. Da kommen aber auch schon natürlich eine ganze Latte noch runter aus der Champions League, die dort in den Playoffs ausscheiden. Das wissen wir ja. Und komm, gönnen wir uns so den Blick in die Conference League. Haben wir da schon was? Nee, da haben wir noch nichts, denn da gibt es ja keine direkten Starte in der Gruppenphase. Wir wissen, dass der SC FC Köln dort Playoffs spielen muss. Aber das müssen andere auch. Und da haben wir eben noch einen Mann. Gut, das war's. Das war doch gar nicht so schlimm. Ach komm, komm. Women's Champions League, Gruppenphase. Vier Teams stehen fest. Der Pfaffel Wolfsburg. Das habe ich gar nicht gesagt. Mensch, das habe ich gestern gesagt. Frauen Bundesliga, habe ich gesagt, dass Frankfurt die Champions League geschafft hat. Klar, habe ich gestern drin gehabt. Also Wolfsburg spielt Champions League, Gruppenphase. Chelsea, Barcelona und fertig. Die drei stehen bereits fest. Die Bayern ja in der Playoff-Runde ebenso wie auch Frankfurt. So, mal gucken, wie sie sich dann da schlagen werden. Ich habe noch eine Sache offen, weil ich fahre mir immer noch mehr und noch mehr Sachen ein. Aber jetzt fällt mir auch noch was ein, was ich sagen wollte. Und zwar wollte ich noch mal zur European League of Football zurück. Da bin ich ja gestern so gnadenlos abgeschmiert am Ende, weil ich hier verkünden wollte, dass die European League of Football expandiert. Und dann sind mir die Teams nicht mehr richtig eingefallen. Ich habe es hier jetzt extra mal breit gehalten. Also, die ELF, die ihre Saison jetzt ja beginnen wird im Juni, die hat zwölf Teams. Letztes Jahr waren es acht. Ganz einfach eigentlich. Letztes Jahr waren es acht Teams, die dabei waren. Dazu sind jetzt vier neue, die dieses Jahr in den Spielbetrieb aufnehmen. Und zwar die Istanbul Rams kommen neu dazu. Dann haben wir neu dabei Ryan Fire aus Düsseldorf. Dann haben wir neu dabei die beiden Österreicher, nämlich die Tirol Raiders und die Vienna Vikings. Das ist das neue ELF-Tableau. Und nächstes Jahr kommen neu dazu die Hungarian Enthroners aus Czechos Féhava in Ungarn. Dann kommen die Milano Seemen. Und zwar Seemen ist mehrdeutig. Ich weiß, aber hier ist die Seemänner sind hiermit gemeint jetzt. Wer das Hauspark guckt und die Seemen-Folge kennt, der weiß, wovon ich rede. Die kommen aus Mailand natürlich, weil sie heißen Milano Seemen. Und dann gibt es so die Helvetic Guards. Das fand ich gestern auch nicht ganz parat. Die kommen aus Zürich und starten für die Schweiz. Wer noch alles dazu kommt, wir sind mal sehr gespannt. Esume hat ja angekündigt, da geht noch ein bisschen was. Ich werde es hier natürlich dann verkünden, wenn es feststeht. Jetzt verkünde ich erstmal, dass dieses Video zu Ende ist. Morgen wird es ein wenig kürzer, weil morgen haben wir nicht mehr diese ganzen Tabellenrückblicke drin. Und dann muss ich eh mal gucken, wie es ist, weil ich bin ja dann ab Donnerstag unterwegs mit einer ganzen Gruppe von Schülern. Da weiß ich nicht, ob ich die Zeit habe, hier täglich Videos zu machen. Ist aber auch nicht mehr ganz so viel los. Aber bei French Open Giro, mal gucken, was ich da mache. Also lasst euch überraschen, ich werde es euch wissen lassen. Jetzt morgen gibt es erst nochmal ganz normalen Videos und übermorgen auch. Und dann schaue ich einfach mal weiter. Alles klar, dann habt einen schönen Tag und danke fürs so lange Aushalten heute wieder. Tschüss.